Hallo Hannes, hier an der Freien Universität Berlin haben wir ja ganz viele Gründungsteams, die mit vollem Elan bei der Sache sind und ganz unterschiedliche und tolle Ideen haben. Aber wenn es zum Businessplan kommt, dann haben sie eigentlich alle das ähnliche Problem oder stellen sich ähnliche Fragen. Also zum Beispiel, wie sollte man einen Businessplan strukturieren oder wie stark sollte man auf technische Details eingehen, wie sehr sollte man den Adressaten im Blick haben, wenn man den Businessplan schreibt. Dem wollen wir heute etwas auf den Grund gehen und deswegen sind wir hier und ich hoffe, du kannst unseren Gründungsteams etwas helfen und ihnen sagen, wie so ein Businessplan aussehen soll. Was ist denn zum Beispiel das erste Kapitel? Okay, hallo Katharina, ich werde es versuchen. Zunächst einmal sollten wir uns natürlich die Frage stellen, was ist überhaupt ein Businessplan? Also ein Businessplan ist erstmal ein zumeist vorstrukturiertes Dokument, welches typischerweise erwartbare Inhalte hat. Also es gibt verschiedene Formen, verschiedene Kategorien von Businessplänen, die eigentlich sehr, sehr wiederholend sind. Was man macht ist, man legt seine Unternehmensziele, sozusagen seine Realisierungsstrategie dar und schaut eben in die Zukunft und überlegt, wie kann ich mein Ziel erreichen und das versucht man zu dokumentieren und möglichst plausibel auch jemand anderes eben näher zu bringen. Wichtig ist, trotz dieser Struktur sollte man möglichst kreativ damit umgehen. Das heißt, egal wie strukturiert das Dokument ist, egal wie stark man durch die Struktur geprägt werdet, seid so kreativ, wie ihr auch als Team darstellen wollt. Das heißt, auch dieses strukturierte Dokument trägt eure Essenz. Das erste Kapitel, wie du schon richtig sagst, ist gleichsam auch das wichtigste Kapitel. Das ist die Zusammenfassung oder man nennt es auch das Executive Summary. Okay. Und was ist bei dieser Zusammenfassung zu beachten? Hast du da vielleicht Tipps, wie man damit umgehen sollte oder was da besonders rein sollte? Also wie gesagt, das ist schon mal das wichtigste Kapitel. Das heißt, man sollte möglichst auch einem Laien vermitteln, was man mit diesem Dokument aussagen möchte. Das heißt, man versucht möglichst alle wesentlichen Informationen zu erfassen. Man versucht möglichst wenig technische Details reinzubringen. Das Wort Executive aus dem Executive Summary, das fasst es eigentlich schon mal gut zusammen. Und zwar das Executive, also Vorstand, heißt, dass ich adressiere eine Person, die tendenziell sehr wenig Zeit hat, einen engen Terminplan hat und ich versuche ihnen möglichst wenig Zeit sehr viel zu transportieren. Also sehr viel von dem zu sagen, was ich eigentlich in meiner Geschäftsidee vorhabe. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie wer den Begriff Elevator Pitch kennt. Das ist sozusagen der Elevator Pitch eures Business Plans. Versucht an zwei Seiten darzustellen, was eure Geschäftsidee ist. Dabei beschreibt ihr ein relevantes Problem, also sozusagen eure USP, eure Unique Selling Proposition. Und die beinhaltet beispielsweise, was ist das Problem, das ihr adressiert? Warum ist das überhaupt wichtig? Für wen ist das wichtig? Was ist die Lösung? Wie reif ist die Lösung schon, die ihr anbietet? Wie einzigartig ist diese Lösung? Gibt es andere, die das schon können? Und vor allem, warum seid ihr oder warum bist du diejenige, die diese Lösung anbieten kann? Und dann geht es eigentlich schon los. Dann schreibt man den Business Plan und am besten erst am Ende, nachdem man alle anderen Kapitel geschrieben hat, schreibt man das Executive Summary. Okay, also es ist etwas leichter, diese Zusammenfassung am Ende zu schreiben. Das heißt, womit sollten wir dann sinnvollerweise anfangen, wenn wir den Business Plan schreiben? Anfangen würde ich in jedem Fall damit mit dem Adressaten. Also was ist der Adressat von dem Business Plan? Typischerweise verfolge ich ein ganz konkretes Ziel. Ich möchte jemanden gewinnen, der mein Unternehmen finanziert, zum Beispiel eine Bank oder einen neuen Eigentümer. Ich könnte auch versuchen, einen strategischen Partner zu gewinnen und möchte ihm darlegen, wie ich die nächsten fünf Jahre mein Unternehmen strategisch positionieren möchte. Es könnte auch sein, dass ich eine interne Meilensteinplanung vornehme, also ein Mitarbeiter von mir ein Projekt vorstellt oder ein neues Geschäftsmodell etablieren möchte. Auch dafür ist ein Business Plan geeignet. Das erste Kapitel, mit dem ich dann wirklich faktisch starte, das ist dann tatsächlich auch das Produkt oder die Dienstleistung. Okay. Und wie detailliert ist man in diesem Kapitel schon bezüglich des Produkts oder der Dienstleistung? Gehören da jetzt technische Details rein oder eher nicht? Was für Tipps sind da zu beachten? Tendenziell gilt auch hier eher weniger technische Details. Also man muss davon ausgehen, dass jemand, der in einer Bank arbeitet, eben nicht in den tiefsten Details der Programmierung drinsteckt. Und man sollte ihm möglichst in einer laienhaften Sprache darlegen, was man versucht eben mit seinem Produkt zu erreichen. Und wo sollte man einen besonderen Fokus legen in diesem Kapitel? Man legt einmal den Fokus an, dass ich anfange, mein Produkt oder die Dienstleistung, sozusagen das Geschäftskonzept, zu beschreiben. Das heißt, was versuche ich überhaupt zu erreichen? Was ist das Wertversprechen, das ich habe? Und vor allem, welches Erlösmodell versuche ich eigentlich zu erreichen? Also das heißt, lasse ich mich pro Service oder pro Produkt bezahlen? Möchte ich Werbung versuchen, was immer wieder sehr viele machen? Oder versuche ich Sponsoring oder will ich ein Freemium-Angebot auf den Markt bringen? Also das sollte ich möglichst darstellen. Wie werde ich eigentlich Geld verdienen wollen? Dann den Kundennutzen, wie gesagt, das Wertversprechen. Der Kundennutzen ist sozusagen das, wie stifte ich bei einem Kunden Wert? Also wieso sollte er mein Produkt kaufen oder meine Dienstleistung nutzen? Es gibt verschiedene Methoden, um sich das zu erarbeiten. Das ist zum Beispiel der Value Proposition Canvas oder die Empathy Map. Die kann ich jetzt hier nicht darstellen, aber es gibt andere Videos, in denen man das auch dann auch sicher erarbeiten könnte. Dann, sobald ich den Kundennutzen sozusagen weiß, sollte ich darstellen, was mein Alleinstellungsmerkmal, sozusagen wieder dieser USP. Was hebt nicht ab von anderen? Warum bin ich eher geeignet als jemand anderes? Habe ich zum Beispiel ein Patent? Habe ich irgendwelche Schutzrechte, Urheberrechte? Oder bin ich der Einzige, der das Geschmacksmuster hält? Oder das wären beispielsweise Möglichkeiten eines Alleinstellungsmerkmals. Dann sollte ich mir natürlich überlegen, welche Stakeholder habe ich? Und ganz zum Schluss, das sollte hier sicherlich auch dargelegt werden, ist, wie weit bin ich denn mit dem Produkt? Wie ist der Entwicklungsstand? Habe ich es schon komplett entwickelt oder teste ich gerade? Oder ist es tatsächlich eher etwas, was sich noch eher in meiner Gedankenwelt abspielt? Okay. Das heißt, wir haben jetzt das Produkt oder die Dienstleistung beschrieben. Sollten wir jetzt vielleicht auch eher auf das Team zu sprechen kommen? Also ist es jetzt der Zeitpunkt, wo man auch das Team beschreibt? Oder müssen wir noch andere Dinge beachten, bevor das kommt? Genau. Also nochmal, welche Kapitel wann folgen, hängt auch ein bisschen davon ab, wen ich adressiere. Aber typischerweise kommt tatsächlich jetzt das Gründerteam. Und das Gründerteam ist sehr wichtig. Das habe ich auch bereits gesagt. Genau. Da kann man bestimmte Leitfragen eben verfolgen. Also es geht vor allem um dich oder um das Team, an dem du teilnimmst. Und man hört häufiger von Finanzierern, we do not invest in ideas, we invest in people. Und das gilt auch hier. Deswegen ist dieses Kapitel auch relativ wichtig. Weil man natürlich nie wissen kann, nur weil jemand eine gute Idee hat, wird er es auch schaffen, trotz all der Widrigkeiten, die sich in den nächsten Jahren ergeben, dann sich dem anzupassen. Das heißt, welche Fähigkeiten und Kompetenzen bringst du eigentlich mit? Welche Kompetenzen bringen deine Teammitglieder mit und ergänzen die sich auch sinnvoll? Und was an der Stelle sehr sinnvoll wäre, ist, wenn ihr dann im Anhang natürlich auch Referenzen und Lebensläufe nennt, damit auch jemand anderes glaubt, dass ihr die Fähigkeiten und Kompetenzen tatsächlich besitzt. Solltet ihr die nicht alle haben, wäre es wichtig natürlich, Schlüsselpersonen und Partnerschaften zu nennen. Das heißt, erstens, wie verteilt ihr eure Aufgaben? Und dann gibt es bestimmte Aufgaben, die wichtig sind für eure Unternehmen, die ihr aber noch nicht erfüllen könnt, weil euch eben diese Fähigkeiten oder Kompetenzen fehlt. Dann wäre es natürlich wichtig, wenn ihr darstellt, wie wollt ihr die denn erfüllen? Fehlt euch der Programmierer? Dann solltet ihr darstellen, wie kommt ihr denn an diesen Programmierer? Wo findet ihr denn die talentierten Leute, die ihr benötigt? Insbesondere, wenn es nachher darum geht, zu skalieren. Das heißt also, mehr Produkte an den Markt zu bringen oder eben die Entwicklung voranzubringen. Natürlich sollte man hier auch schon mal nicht unerwähnt lassen, dass ihr auch davon leben müsst. Das heißt, auch das Einkommen könnte man hier auch schnell wählen. Okay. Das heißt, wir haben uns jetzt auf die internen Faktoren sehr stark konzentriert. Also auf das Produkt, die Dienstleistungen, das Team. Wie sieht es denn mit externen Faktoren aus? Wie adressieren wir die im Businessplan? Genau. Da kommt gleich das nächste Kapitel. Das ist auch die Marktanalyse. Und was ist hier besonders wichtig? Gibt es hier vielleicht auch bekannte Tools, die man benutzen kann? Oder wie geht man vor? Also die Marktanalyse, die widmet sich also dem Markt, nicht sehr überraschend. Damit eben vorwiegend den Kunden und den Wettbewerbern. Das heißt, als erstes sollte ich versuchen, meine Zielgruppe möglichst genau zu beschreiben. Eine Methode, die man dann häufiger verwendet, ist zum Beispiel das Persona-Konzept. Auch hier würde ich eher verweisen auf Videos, die auch das sehr gut darstellen. Und beim Persona-Konzept versuche ich eben, ein recht detailliertes Bild von meinem Kunden zu gewinnen. Was sind seine Bedürfnisse? Was macht er den lieben langen Tag? Und wo bin ich da mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistenden relevant? Was ich dabei berücksichtigen sollte, ist eben, am Markt agieren auch noch andere Akteure. Und das sind tendenziell meine Konkurrenten. Oder, was viele immer wieder vergessen, meine Substitute. Also zu sagen, gibt es irgendjemanden, der das, was ich leiste, in ähnlicher Art und Weise auch leistet. Beispiel, ich produziere Fahrräder, also ich komme ein Produkt, das jemanden von A nach B bringt. Das kann ich auch per Auto machen oder das kann ich auch mit dem Bus machen, mit dem Taxi oder mit Carsharing. Das heißt, diese anderen Anbieter sind ebenfalls indirekte Konkurrenten von mir. Das muss man natürlich berücksichtigen. Sobald ich meinen Markt habe, sollte ich versuchen, ihn zu segmentieren. Also beispielsweise kann man es geografisch machen, also nach Ländern oder nach Sprachgebieten. Ich kann es demografisch machen. Alter und Geschlecht, das wird relativ häufig gemacht. Psychografisch ist auch ein eher älteres Konzept. Da kann man nach Werten, Einstellungen und Erkenntnissen vorgehen. Beispielsweise jemand ist eher prestigeorientiert versus jemand ist eher traditionsorientiert. Und dann gibt es noch die verhaltensmäßige Einteilung, also nach bestimmten Nutzungsverhalten oder bestimmten Einkaufsverhalten. Wenn ich das alles habe, das Ziel des Ganzen ist es eigentlich, das Marktpotenzial zu entwickeln. Also wie viel Geld kann ich mit meinem Produkt auf einem Markt umsetzen? Wie groß ist der Gesamtmarkt? Gibt es Teilmärkte? Und wie groß ist der Marktanteil, den ich dann anstrebe, trotz dieser ganzen Substitute und Konkurrenten? Das heißt, hier sollten auch schon konkret Zahlen vorhanden sein in diesem Kapitel? Auf jeden Fall. Also man könnte hier auch schon konkrete Zahlen nennen. Wichtig ist, das gilt fast überall im Businessplan, aber hier natürlich ganz besonders, gerade wenn man am Anfang steht und man eben noch viele Annahmen hat. Nachvollziehbarkeit ist das A und O. Also ich sollte darstellen, wo habe ich meine Informationen her. Je besser ich diese Nachvollziehbarkeit herstelle, desto leichter wird es jemanden, meinen Adressaten des Businessplans fallen, mir auch zu glauben. Okay, jetzt haben wir uns also den Markt angeguckt in dem Kapitel Marktanalyse. Wie adressieren wir ihn denn jetzt? Also das ist ja sicherlich auch ein Punkt, der sehr wichtig ist im Businessplan. Genau, das ist auch wieder ein einzelnes Kapitel meistens gewidmet, also das Marketingkapitel, wo es dann konkret um die Marketingmaßnahmen geht. Und die Marketingmaßnahmen ist tatsächlich, oder das Marketingkapitel, da geht es eben darum, wie komme ich von meinem Punkt jetzt zu dem Marktpotenzial oder zur Ausschöpfung des Marktpotenzials, wie ich es eben gerade beschrieben habe. Das heißt, ich müsste mir darüber Gedanken machen, was sind Markteintrittsbarrieren? Was ist meine Markteintrittsstrategie? Wie würde ich diese Barrieren überschreiten? Wie würde meine Konkurrenz auf mich reagieren, sobald ich auf den Markt komme? Und habe ich eine Gegenstrategie? Wenn ich sowas schon habe, könnte ich das hier adressieren. Da gibt es eine Methode oder ein Konzept aus dem Marketing, das ist auch schon relativ alt. Das ist die 4P, der 4P-Marketing-Mix. Also 4P steht da für Price, Product, Promotion und Place. Und auf Deutsch Produktpolitik, Preispolitik, Kommunikationspolitik und Vertriebspolitik. Das hilft einem ein bisschen darüber nachzudenken, wie ich diese Marketingmaßnahmen gestalte. Produktpolitik zum Beispiel, habe ich verschiedene Kundensegmente. Müsste ich dann auch meine Produkte variieren? Habe ich dann verschiedene kleine ergänzende Dienstleistungen, die ich bei dem einen Produkt dazugehe und bei dem anderen nicht? Meine Preispolitik starte ich mit einem hohen Preis und senke ich ihn danach? Mache ich sozusagen eine Skimming-Strategie? Oder gehe ich eher mit einem geringen Preis in den Markt? Und natürlich die Vertriebspolitik. Auch wichtig, weil es auch Konsequenzen hat. Habe ich einen eigenen Laden oder verkaufe ich nur online? Habe ich irgendwas Gemischtes? Also so Klicks und Bricks, wie man es so schön nennt. Auch da kann man wieder strategisch einige Stellschrauben stellen, die für einen dritten eben auch sehr wichtig sind. Wenn ich meine Zielgruppe habe, dann ist es wichtig, dass ich diese auch sehr fokussiert betrachte. Also die Personas von eben helfen mir hier auch wieder, eben zu wissen, wer ist denn die interessanteste Zielgruppe, die ich adressieren kann? Gerade als Gründer sollte ich mir Gedanken darüber machen, welche Zielgruppe gehe ich als erstes an? Und das ist sehr wichtig, weil viele denken daran nicht, das nennt man dann Streuverluste. Und dann adressieren die viele Menschen, die eigentlich kein Geld bringen für das Unternehmen in der Phase. Um möglichst realistisch eine möglichst realistische Darstellung zu bringen, hilft es dann häufig Szenarien zu bilden. Best Case, Worst Case, Realistics Case. Wenn ich diese Szenarien bilde, hilft es ebenfalls wieder einem Adressaten meines Business-Plans zu wissen, in welchem Rahmen bewegt sich dann wahrscheinlich das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren. Okay, das unterstützt dann wieder die Nachvollziehbarkeit. Genau, genau. Es geht da wieder um die Nachvollziehbarkeit. Okay. So, jetzt haben wir die Kapitel Produkt, Team, Marktanalyse, Marketing gehabt und auch schon in der Marktanalyse über Zahlen gesprochen. Gibt es noch ein Kapitel, was noch stärker auf Zahlen eingeht? Auf jeden Fall. Das ist das, worauf sich alle am meisten freuen bei ihrem Businessplan. Aber vorher kommt noch was anderes. Vorher kommt das Unternehmen und die Organisation. Okay. Was ist bei dem Unternehmen und der Organisation zu beachten? Was sollte hier rein? Also, als erstes ist es ziemlich wichtig. Ich sollte mir darüber Gedanken machen, welche Rechtsform ich wählen möchte. Also, da gibt es ja verschiedenste. GbR, GmbH, UG, Einzelunternehmen und eingetragene Vereine, zum Beispiel bei Social Entrepreneurship, auch relativ wichtig. Worum es da häufig geht, sind halt Fragen nach der Haftung. Also haftet eine Person, haften mehrere Personen. Und daher geht es auch häufig darum, wie leicht habe ich Zugang zu Geld, zu neuem Geld und zu neuen Eigentümern. Wenn ich an der Börse bin, habe ich logischerweise einen leichteren Zugang zu neuem Geld, als wenn ich ein eingetragener Verein mal vielleicht bin. Hier spielen eine Menge Fragen nur eine Rolle. Auch hier wieder würde ich verweisen auf andere Videos oder auf andere Materialien, die man auch online findet. Eine der wichtigen Fragen hier, die davon losgelöst sind, ist die Frage, wer übernimmt denn die Geschäftsführung? Also, wie organisiere ich mich denn? Also habe ich ein Organigramm? Sind alle gleichberechtigt oder gibt es einen? Es muss ja letztlich auch mindestens eine Person geben, die auch formell als Geschäftsführung dann, gerade bei Kapitalgesellschaften, eben dann auch bestimmte Verantwortung übernimmt. Wie sind dann infolgedessen auch, nicht nur infolgedessen, wie sind denn die Eigentumsverhältnisse? Haben alle gleich viel Geld rein, können sich alle auch gleich viel Geld rausziehen nachher? Auch das muss geklärt werden und auch hier dargelegt werden, denn das hat natürlich für einen Financier eine unmittelbare Bedeutung. Fragen der Führungsstils und der Unternehmenskultur, zum Beispiel habe ich ein sehr demokratisches Unternehmen, plane ich das? Dann könnte man das hier auch darstellen, es gibt schon einen relativ guten Einblick daran, wie das Unternehmen nachher geführt wird. Standortwahl spielt auch eine große Rolle, weil die eine Konsequenz hat für Mitarbeiter. Oder wenn ich zum Beispiel einen Laden habe, dann unmittelbar, wenn der Standort schlecht gewählt wird, dann hat das natürlich auch Umsatzkonsequenzen. Und einer der wichtigsten Punkte hier ist, ich habe ja jetzt beschrieben, sozusagen aus einer internen, aus einer externen Perspektive, welche Aufgaben ich so wahrnehme und wie ich sie so gestalten werde. Aber ich muss natürlich auch darlegen, wie ich sie zeitlich gestalten möchte, also eine gewisse Meilensteinplanung angeben. Zu welchen Zeitpunkten möchte ich welche Aufgaben wie angehen? Brauche ich jetzt schon 15 Mitarbeiter im Marketing oder sollte ich jetzt vielleicht jetzt noch lieber mehr entwickeln und bestimmte Werbemaßnahmen es zukünftig stärker unterstützen? Auch das muss hier dargelegt werden. Okay, dann kommen wir jetzt wahrscheinlich zu dem gefürchtetesten Teil im Businessplan. Du hast es auch schon angesprochen, das ist wahrscheinlich der Finanzplan. Kannst du da so ein bisschen die Angst nehmen, indem du einfach mal beschreibst, was gehört denn da rein und ist das denn auch alles so schwierig? Oh Gott, ja. Also ich verstehe ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich verstehe gar nicht so richtig, warum das das gefürchtetste ist. Weil tatsächlich ist es total zu Unrecht gefürchtet. Also tatsächlich ist es sogar das beste Kapitel, weil man hier wirklich, wie man so schön bei uns im Norden sagt, Butter bei der Fische machen muss. Also hier wird man plötzlich konkret. Man hat all diese Pläne im Kopf und hier muss man sagen, in Monat drei kaufe ich mir das und das, weil ich die und die Strategie verfolge. Und das wird hier dargelegt. Mehr nicht. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie einem hier unterstützt wird. Also man muss kein vollwertiges betriebswirtschaftliches Studium verbracht haben, um Finanzplanung durchführen zu können. Es gibt eine Menge Tools von großen Finanzdienstleistern, die viele stehen entgeltfrei zur Verfügung. Die kann man einfach benutzen. Man bekommt eine Menge Unterstützung von Hochschulen beispielsweise. Bei uns an der Freien Universität ist es Profund Innovation. Bei der Charité ist es beispielsweise die Technologietransferstelle, die einem da super Unterstützung bietet. Aber selbst wenn man nicht an einer Hochschule ist, dann hilft einem ein Steuerberater oder die IHK. Also es gibt Unmengen von Menschen, die einem da weiterhelfen können bei der Finanzplanung, bei den Details. Eigentlich geht es aber eher um diese andere Frage. Was muss ich, was möchte ich wann machen? So und das kann man auch häufig ohne große Beratung schon tatsächlich machen. Hier ist es wieder wichtig, Plausibilität. Also ich kann es ja gar nicht häufig genug betonen. Plausibilität ist eben wichtig in dem Businessplan. Mir möchte jemand auch glauben, dass was ich da, das was ich eben da behaupte und das mit Zahlen und Fakten zu unterstützen, hilft eben ungemein. Worum geht es denn mit der Finanzplanung? Was mache ich da denn jetzt eigentlich? Also eigentlich geht es darum, die Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage eines Unternehmens darzustellen. Am Ende des Tages ist die Frage, trägt sich das Unternehmen selbst? Kann ich mir meine privaten Lebenserhaltungskosten da über dieses Unternehmen eben wieder reinholen? Kann ich Zinsen bezahlen? Kann ich Steuern bezahlen? Kann ich meinen Verpflichtungen nachkommen? Also Finanzierbarkeit ist ein großes Thema. Das heißt, habe ich im Zweifelsfall im Monat fünf, wenn ich eine Ausgabe habe oder eine Rechnung bekomme, das Bargeld, das auch zu bezahlen oder das Geld auf dem Konto? Gibt es bestimmte erwartbare Risiken, die ich jetzt schon abdecken kann? Zum Beispiel könnte es sein, ja im Monat, im Dezember kommt typischerweise eine Ressource, wird da teurer, die für mich total wichtig ist, irgendein Rohstoff oder so. Oder habe ich einen bestimmten Versicherungsbedarf, weil es Risiken gibt, die ich abdecken muss? Dann kann ich das hier schon berücksichtigen. Okay, das heißt, das ist auch besonders spannend für das Gründungsteam selbst, dieses Kapitel. Weil der Businessplan ist ja klassischerweise denkt man an die Bank, aber ist ja wahrscheinlich auch noch für andere Dinge ganz hilfreich. Genau, also der Businessplan ist tatsächlich für das Unternehmen selbst häufig dieses Butter bei der Fische. Ich muss wirklich mir darüber Gedanken machen, wie stelle ich mir denn vor, meine Strategie zu verfolgen und ich werde da sehr konkret. Und der Finanzplan, der verlangt eben diese konkrete Angabe von Details. Und für einen Unternehmer oder für einen Gründer ist es eben auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wann mache ich denn Gewinne beispielsweise? Also wann habe ich einen gewissen Kapitalbedarf? Ist wichtig, weil wenn ich weiß, ich brauche eine bestimmte Maschine im Dezember 2000 irgendwas, dann muss ich mir darüber Gedanken machen, okay, wie bekomme ich das jetzt? Und ohne dabei Herzflattern zu bekommen und Angst zu haben, dann ist es natürlich schön, wenn man weiß, okay, vorher schaffe ich es, noch Gewinn zu machen aufgrund meiner Szenarien, die ich gebildet habe. Und es gibt dann auch eine gewisse Sicherheit. Genau, deswegen ist der Finanzplan wichtig, vor allem wichtig auch für das Startup. Der ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Also es gibt viele, viele andere Tools, der Business Model Canvas beispielsweise, die natürlich auch viel besser geeignet sind, um Geschäftsmodelle zu entwickeln, weil man sie schneller iterieren kann. Aber man muss hier sehr konkret werden. Man macht sich einmal strukturiert Gedanken darüber, über die wichtigsten Teile seines Unternehmens und schreibt sie auf. Und dieser Prozess des Dokumentierens hilft einem natürlich ungemein. Okay Hannes, also dann glaube ich, wenn wir das unseren Gründungsteams so mitteilen, dass sie schon relativ viel Hilfe mit auf den Weg bekommen oder sehr viel Hilfe. Und deswegen würde ich sagen, wir belassen es dabei. Vielen Dank für die Informationen. Und jetzt seid ihr gefragt, euren Businessplan zu schreiben. Solltet ihr dabei Probleme haben, denkt immer wieder daran, dass alles nachvollziehbar und plausibel sein sollte. Ich glaube, das ist herausgekommen, das ist das A und O. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Businessplan schreiben. Danke. 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 必領 pinned. Darfifatным Untertitel pointers persist